Ja, Harz H4N wieder Geheimtraining heute, also normalerweise in der Zeitung angesagt, 15 Uhr normales Training, aber wieder Geheimtraining. Und das Kuriose ist, sogar der Kuh-Trainer wusste das nicht, also der kann man nur an mit dem Getränke wagen. Also bei Harz H4N bist du natürlich anders hier, aber wie gesagt, Holler muss ja wissen, was die Schrubben zu, Holler, dann holst du drei Punkte gegen den Ufer, dann machst du alles richtig, alles klar. Peter macht ja sowieso seine Tübe, alles toppig, aber hier weiß einer nicht von den anderen Bescheid, was er andere macht. Alles klar, nur der Harz H4N, lächerlich, lächerlich, alles klar, tschüssi tschüssi.